Hi, mein Name ist Teresa und ich bin Opfer einer schweren Straftat geworden. Ich konnte daraufhin ein Täter-Opfer-Ausgleichsgespräch machen, was mir sehr gut getan hat. Ich würde es jedem empfehlen. Hier ging es um mich als Opfer, um uns als Betroffene. Wir konnten unsere Fragen klären und heute bin ich im Frieden mit dem, was passiert ist. Kein Gerichtsprozess hätte mir das jemals ermöglichen können. Schade und skandalös finde ich, dass der Theor immer noch so unbekannt ist und uns Betroffenen immer noch so selten vorgeschlagen wird, gerade auch bei schweren Straftaten.